Hallo Freunde, ich bin gerade beim Barbecue machen bzw. bei einer wunderbaren Tagliatelle mit Scampi und Tomaten. Dazu habe ich mir folgenden Drink mitgebracht und ich habe meine Freunde natürlich auch dabei. Das heißt, tisch, tisch, klack, klack. Prost, ihr schön. Und übrigens, ihr könnt mit dabei sein beim Dampsen Barbecue, zweimal zwei Tickets zu euch. Guckt auf das Reel.